Ich glaube, wenn ich frisch bin und da gibt es eine Scheibe, dann kann ich bei das 1-1 reingehen. 5 Bulls mit, ein wechseln. F**k. Backcheck, boys! Job schütze! F**k, schütze! Die die Hand! Die die Hand! Durch die Mitte! Die die Hand! Schütze! 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 Was war los? Ich habe nicht gesehen. Wir gehen mit dem 1-Timer. 1-Timer, dann switch! 1-Timer, dann switch! 1-Timer, dann switch! Gewicht auf den Eis! Oh, lucky! Ich war so lucky beim Frayser, was ihr seht. Ich habe den gewonnen, er hat selber vorne gespielt. Ja, genau so weiter. Ganz stark! Ganz stark! Es ist total schwer zu verteidigen, wenn Verteidiger von denen so weit auseinander spielen. Nice shot on Barbrae. Highlands here, I just heard a thing. Was machen wir? Quick side. Domi, ich hätte für einen Nachschuss schießen sollen. Für dich, auf die Schiene. Ja, das ist der Verteidiger. Weil ich habe den, äh, ich habe den Center. Hey, great pass! Sorry, meiner Schuld. Ich muss den Arm. Wir packen in der Schiene, so wir können nicht hinter uns kommen. Wenn wir nicht, dann gehen wir normal. Aber wenn wir nicht, dann gehen wir 1-1-3. We packen. Offset. So it's either shot off the wall, or a pass with Verteidiger. Wir sind 1-1 hinter uns. Ja, und jetzt ist 4. Ja. Ja, das ist wirklich gut. Man. Hahaha.